Ich habe gehört, du hast was ganz Besonderes in deiner Wohnung. Ich bin vorbereitet worden. Polo Dance, ja. Magst du was dran sehen? Ja, das würde ich gerne sehen mal. Okay, warum nicht, klar. Guck dir mal den Buddy an, Wahnsinn, oder? Soll ich ein Lied spielen dazu? Ja, natürlich, sehr gerne, Sarah. Hey! Geil! Mega! Oh mein Gott! Mein lieber Mann! Ja, das war's! Wuhu! Sarah, wie fit bist du denn bitte? Das ist der Hammer! Sehr gut! Ja, ich bin so eine geborene Milf ein bisschen. Toll! Also ich bin total beeindruckt, muss ich sagen. In 30 Jahren hole ich mir die Freunde, die Söhne von meinen Freundinnen. Also mit so einem Auftritt ganz bestimmt. WePlease Copyright Untertitel bis zum nächsten Mal. Musik aty Untertitelung des ZDF für funk, 2017